So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir sind zurück, wir haben eben ja noch den GoFest Guide uns angeguckt, den Zeitplan und den Ultrabonus. Jetzt geht es weiter mit der Vorbereitung für das GoFest 2020. GoGames hat da einen Artikel veröffentlicht, genau, und ich sollte ja ein Video mal dazu machen, hat der ShadowGamer 055, hier zeige ich es euch nochmal, der ShadowGamer hat gesagt, mach mal ein Video dazu hier, Vorbereitung für das GoFest. Die haben zum Glück so einen Artikel gemacht, da muss ich mir selbst keine Gedanken machen, wir wollen mal gucken, was sie hier schreiben. Spielweise, okay. Nicht jeder Spieler spielt Pokémon GO auf die gleiche Art und Weise, sodass nicht alle unsere Tipps auf alle Spieler zutreffen. Wir möchten euch jedoch davon profitieren lassen, dass wir bereits einige Erfahrungen mit Live-Events und auch mit Zuhause-Events sammeln konnten, sodass ihr das bestmögliche Spielerlebnis habt. In unserem Shiny-Hand-Guide erfahrt ihr grob, wie ihr den Schnellfang-Trick meistert und wie ihr mit diesem Trick eure Schlagzahl an Shiny-Checks und gefangenen Pokémon stark erhöhen könnt. Kennt ihr den Schnellfang-Trick, ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare, ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, den Schnellfang-Trick, Ball festhalten, hier Dingsen, zack, oben drauf drücken, fliehen. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller, das haben auch viele im Stream immer gesagt, bei der Spotlight-Stunde mach doch den Schnellfang-Trick. Aber ich war froh, wenn die Animation kommt zum Fang, dass ich nebenbei den Chat lesen konnte, was da steht. Und so wäre ich ja nur im Stress gewesen. So, Erwartungshaltung. Ja, die lassen wir mal weg. Wir gehen direkt die Vorbereitung im Spiel. Erstens, schafft Platz. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, man kann mittlerweile also den Beutel, die Pokémon-Aufbewahrungsbox auf 3500 erhöhen. Ihr solltet ja im letzten Video mal reinschreiben, wie viel habt ihr, mit wie viel kommt ihr aus, erhöht ihr, geht ihr gleich auf 3500, reichen euch 350 oder was auch immer. Zunächst solltet ihr Platz schaffen in eurem Inventar, denn egal, ob ihr ausschließlich von zu Hause ohne Bewegung spielt oder ob ihr draußen unterwegs seid. In der Eventzeit werden sehr, sehr viele Pokémon erscheinen, die ihr fangen wollt und einige davon werden Shinies sein. Man muss ja nicht alles fangen. Irgendwann hat man eh keinen Bock mehr und denkt, ich drück nur noch an und flieh, ich drück an und flieh, ich drück an und flieh. Wenn ihr am Ende des Tages, sagen wir mal, 20 Shinies gefangen habt, dann würde es ja ausreichen, wenn ihr 20 Pokémon-Plätze habt. So könnt ihr das natürlich auch machen. Je mehr Platz ihr habt, umso mehr Pokémon könnt ihr für später aufheben und umso weniger müsst ihr während dem Go-Fast bewerten und aussortieren. Das Aussortieren kostet unnötige Zeit, wenn man es während dem Event macht, was euch im Zweifelsfall das eine oder andere Shiny kosten wird. Es ist also immer alles auf Shinies abgezielt. Ihr könnt natürlich, bevor ihr was, einfach 4 und Sternchen rein, dann seht ihr, ob ihr einen 100er habt. Und wenn ihr keinen 100er habt, schmeißt einfach alles weg. Oh, 20 Kaumalad gefangen, einfach alles wegschmeißen. Aber eins ist Level 35, schmeißt das weg. Genau. Na, ihr könnt ja selbst abschätzen beim Aussortieren, was findet ihr cool. Wenn ihr dann Kaumalad mit Level 35 habt, selbst wenn es 0 IV hat, hebt es halt auf. Entwickelt es durch und gebt damit an, wie groß und stark es ist und keine inneren Werte hat. Wie viele Plätze eurer Pokémon-Box ihr dabei frei macht, bleibt euch überlassen. Doch jeder einzelne Platz ist wertvoll in einem solchen Event. Trennt euch also von überflüssigen Shinies, insbesondere Shinies von Community Days, Pokémon mit schlechten EV, die ihr nie benutzt oder Pokémon, die ihr für andere Spieler zum Tausch aufgehoben habt. Nein, wie soll ich denn meinen Lucky Decks füllen, wenn die alle den Crap wegschmeißen? Gerade der Crap fehlt mir eigentlich noch im Lucky Decks, da jeder den Crap wegwirft und so, kann ich mir keinen Crap von anderen Leuten holen. Aber ich habe ja meine zweite Accounts also sortiert, ihr aus, schmeißt alles weg. Ich tausche einfach mit mir selbst. So, sofern es sich dabei nicht um regionale Pokémon handelt, könntet diese Pokémon immer wieder erneut fangen. Ja, so wie Makabaya, ne? Immer wieder erneut fangen. Nur an Halloween, immer wieder. Habt ausreichend Rauch. Das ist wichtig. Wie viele Rauchs habt ihr momentan, bevor ihr euch vorbereitet? Ich habe, glaube ich, zwei Rauchs. Das ist ein bisschen wenig. Ich werde mir noch eine Rauchbox zulegen. Und ja, ist auf jeden Fall Rauch. Lohnt sich, da die meisten ja eh von zu Hause spielen sollen. Und Rauch ist für alle Spieler, die von zu Hause spielen, absolut notwendig. Für Spieler, die unterwegs sind, ist Rauch ein zusätzlicher Bonus, der euch weitere Pokémon einbringt, um Lücken zu schließen. Während des Go-Fests wird der Rauch, wie auch schon in der Corona-Zeit, eine Stunde andauern. Derzeit erscheinen aus dem Rauch etwa alle 60 Sekunden ein Pokémon. Doch während der Safari-Zone von zu Hause erschienen fast alle 30 Sekunden Pokémon aus dem Rauch. Insgesamt dauert das Go-Fest 20 Stunden an, sodass ihr im schlechtesten Fall alle 60 Sekunden ein neues Pokémon, 60 Pokémon pro Stunde, also 1200 Pokémon, in 20 Stunden fangen könnt. Potenziell könnt ihr aber mit weit mehr Pokémon rechnen. Wir empfehlen euch also 20 Rauch im Inventar zu haben, um diese auch zu nutzen. 10 Stunden, 20 Rauchs, sind ja auch 2 Tage, gut. So, Pogebälle, Pogebälle und mehr Bälle. Ausgehend von der hohen Anzahl an Pokémon, die man fangen kann, empfehlen wir auf unnötige Items zu verzichten. Jetzt hier also eine Grafik, da haben sie über 1000 Hyperbälle, Pogebälle am wenigsten. Ich kenne viele, die vielleicht unterwegs sind, durch die Stadt laufen, ihren Klicker laufen lassen oder ihr Gottscher laufen lassen, bei denen es genau anders aussieht. Wenn ich an Iswo denke, der Iswo hat die blauen Bälle immer alle komplett weggehauen. Von den Hyperbällen hat er immer so 50 gehabt und von den Pogebällen hat er immer so 1300. Und egal was der macht, der lässt immer klickern und kriegt so seine Shinies und so seine Hunderter und alles mögliche. Also bei ihm wäre es genau anders, wenn er das Go-Fest spielen würde. Er würde über 1000 Pogebälle haben, die von alleine einfach weggehen. Wenn ihr natürlich per Hand fangt, obwohl mit dem Schnellfang-Trick, ich finde, Schnellfang-Trick, Kurzball, Fliehen, Bam, reicht eigentlich der Rote. Wenn ihr jetzt auf den Gelben wechselt, verbraucht ihr ja auch wieder zusätzliche Zeit. Wenn ihr aber keine Roten habt und keine Blauen habt, dann ist ja, wenn ihr auf das Pokémon tippt, sowieso nur der Gelbe da. Wenn ihr also wirklich krass seid und sowieso nicht klickert und alles per Hand fangen wollt, schmeißt einfach alle Roten und alle Blauen weg. Und hebt 1000 Gelbe auf. Jetzt denken die Leute, ist der behindert. Ich habe gerade mal 50 Gelbe, ich brauche meine 1000 Roten. Müsst ihr gucken, wie es bei euch passt. Ist nur allgemein. Wer die Möglichkeit hat, fände ich es immer noch am sinnvollsten, Rot und Blau komplett wegzuschmeißen und mit den Gelben nur zu arbeiten. Denn sobald ihr einen Stop dreht, kriegt ihr eh gleich wieder 100 rote Bälle hinterhergeschmissen. Bären bis auf ein Minimum verfüttern oder wegwerfen. Alle 30 Minuten bis zu 100 Bären in Arenen verfüttern für Sternenstaub und mögliche Bonbons. Auch über Fernfütterung möglich. Gibt es auch so Experten, wenn eine neue Arena da ist, da sitzen die drin. Und dann sitzen die eine Nacht und frühs haben sie schon über 300 Bären gefüttert. Wo ich mir dann denke, alles klar, stellen die sich den Wecker oder wie oder wo oder was. Also ich setze mich meistens in eine Arena und dann sitze ich halt da. Und wenn ich rausfliege, setze ich mich irgendwann wieder rein. Ich fütter selten eigentlich in Arenen, obwohl das natürlich trotzdem Bonbons und auch Staub gibt. Aber jetzt dafür verfüttert einfach alles. Vorbereitung. Lauft durch eure Stadt, setzt euch in jede Arena und versucht überall dann eure Bären rauszufüttern. Schneller ist es, geht auf eure Bären und schmeißt die einfach weg. Tränke und Beleber stark reduzieren. Raids und Rocketkämpfe sind zwar Teil des Go-Fests, doch werdet ihr während dem Event durch das Drehen von Pokestops und durch die Kämpfe genug neue Items erhalten. Also Tränke und Beleber, wenn, dann wirklich nur Top Tränke und Top Beleber. Obwohl durch die Top Beleber sich die Top Tränke ja auch schon fast aufheben. Natürlich, wenn was nicht ganz tot ist, muss man es trotzdem heilen und nicht nur beleben. Aber hebt da auch nicht zu viel auf, wie gesagt. Da haben sie schon recht. Überschüssige Entwicklungs-Items wegwerfen. Das ist sowieso Mist. Wenn ich immer so reingucke und ich habe so 50 Sonnensteine oder irgendwas. Hebt 5 auf von jedem. Beziehungsweise, wenn ihr es wirklich drauf ankommen lasst, schmeißt alles weg und hebt nur Sino- und Einhaltssteine auf. Einhaltssteine würde ich sowieso aufheben. Ihr wisst nie, was dann noch kommt. Sind auch seltener. Sinosteine sind okay. Kommt drauf an, ob ihr schon die Entwicklungen gemacht habt. Aber die in normalen Sachen, hau die erstmal weg. Die kriegt ihr komplett hinterhergeworfen. Überschüssige TMs verbrauchen. Bringt allen euren Pokémon die optimalen Attacken bei. Schätzt dabei selbst ein, wie oft ihr wie viele TMs benötigt habt in der Vergangenheit. Das ist auch so eine Sache, wenn ich raide ja viel und dann sehe ich immer so, boah, ich habe schon wieder 80 Sofort-TM. Und dann werfe ich immer so 40 weg. Und dann habe ich plötzlich wieder 80, ohne irgendwas zu benutzen. Und gerade bei den Sofort-Attacken ist es ja, ihr gebt eine drauf und bekommt die andere. Meistens haben die nur zwei verschiedene Sofort-Attacken, sodass ihr dann nicht groß rumwürfeln könnt. Oder manchmal haben sie auch nur eine und ihr könnt sowieso nichts damit machen. Wichtiger wären eigentlich die Top-TM. Die Top. Wichtiger wären die Lade-TM. Da habt ihr mehr Auswahl. Aber kommt jetzt wieder drauf an. Viele brauchen das für die Go-Battle-League. Da müssen die viel mehr Pokémon befruchten, als wenn man nur für Raids. Da weiß man ja ungefähr, was man nimmt und was das hat. Und dann hat das meistens Same-Type-Attack-Bonus für die Go-Battle-League. Da bringt ihr ja besondere Attacken bei, womit der Gegner jetzt nicht wirklich rechnet. Das müsst ihr wissen. Bei mir, ich schmeiße sie eigentlich immer weg. Ich wechsle kaum was an den Attacken. Irgendwann tue ich mir von einem Legendären mal das Beste nach einem Monat hochziehen. Und dann hat das halt seine Standard-Attacken. Und bis dahin hat man wieder alles zusammengewürfelt. Item-Platz kaufen. Wer möchte, kann den Item-Platz durch Zukauf von 200 Münzen für 50 Plätze erhöhen. In unseren Augen lohnt sich dies immer, da es eine dauerhafte Erweiterung ist. Item-Platz, Item-Platz, wie auch immer, ist bei mir auch auf 3000, schon die ganze Zeit. Zum Glück haben sie den jetzt nicht auf 3500 erhöht, sonst hätte ich da nochmal 500 Plätze gekauft. Aber, ja, wie kommt ihr hin? Manchmal finde ich sogar, dass der Item-Platz wichtiger ist als der Pokémon-Platz. Wer jetzt nicht wirklich jeden Scheiß aufhebt, sondern wirklich nur sinnvolle Sachen, der wird mit wenig Poké-Platz auch hinkommen. Aber bei Items, gerade so Bälle und Beleber und Zeugs, wenn ihr viel Team-Go-Rocket kämpft oder, ja, viel Pokémon fangen, dann ist der Item-Platz fast sogar noch wichtiger. Wichtig, ausreichend Bälle, Schnellfang-Trick, Animation, Einzel-Bälle, ausreichend Spielwiese, Weise, unterschiedliche Bälle, Go-Plus, Gotcha, reguläre Bälle, na, das habe ich ja oben auch. So, manuell, Schnellfang-Trick, Super, Hüber, wir gehen davon aus, Kumpel, Bälle, Belohnung, Spezialforschung, Nachtschicht, Nachsicht, nichts Schlimmes als ein Shiny auf dem Bildschirm zu haben und Bälle kaufen zu müssen. Nö, schlimmer ist ein Shiny zu haben und keine Bälle zu haben und auch nicht kaufen zu können. Kaufen geht ja immer, ne, so, da müssen wir hier aber. Go-Fests und der Herausforderung während des Events sein werden. Das habe ich eh nicht gerafft, aber vielleicht können Sie das ja nochmal hier genau erklären. Auf Twitter hat Pokémon Go explizit dazu geraten, am Samstag die Geschenke erst dann zu verschicken, wenn das Freundschaftshabitat an der Reihe ist, da es in dieser Stunde eine weltweite Herausforderung geben wird, bei der man möglichst viele Geschenke verschicken muss. Dafür ist es sinnvoll, in den Tagen vor dem Go-Fest vielleicht ausnahmsweise keine Geschenke mehr zu verschicken und nur noch Geschenke zu öffnen, sodass am Samstag jeder dazu in der Lage ist, Geschenke zu verschicken. Nayendik empfiehlt außerdem, die Geschenke am Samstag erst dann zu öffnen, wenn die Herausforderung gemeistert wurde, da die Geschenke dann besondere Items erhalten. Ich würde theoretisch ja eh erst abends um 23 Uhr Geschenke öffnen, um zu gucken, mit wem habe ich agiert an dem Tag, mit wem habe ich nicht agiert, interagiert, wie auch immer. Und es hieß ja dann, dass man bis zu 200 Geschenke öffnen und verschicken kann, was heißt das jetzt, öffnen und verschicken kombiniert, oder kann ich 200 öffnen, aber auch 200 verschicken? Sprich, wenn ich 200 geöffnet habe, dann bin ich ja mit jedem durch, dann habe ich ja mit jedem interagiert, mehr als 200 Freunde kann man ja nicht haben. Oder wenn ich 200 verschicke, dann, also, ich glaube, da wird viel Chaos auch auftreten, gerade bei Level-Ups oder so, Freundschaftsaufstiegen, wo die Leute dann einfach wild öffnen oder wild verschicken und der Gegenüber und alles, da guckt man nicht mehr so genau hin. Ach, wir steigen ja auf, wir warten bis zum Sea-Day. Nein, Mann, es ist Go-Fast, ich habe geöffnet. Kann natürlich sein, wissen wir nicht. Und wenn dann besondere Items oder besondere Belohnungen kommen, bin ich gespannt, ich würde das eh erst abends machen. Ich würde aber auch abends eigentlich erst meine Sachen machen, weil ich nun nicht verstehe, diese weltweiten Dinge. Ich dachte, das ist nur für ausgewählte Städte, dass in Berlin wird gezählt, dass die schicken. In Spanien, Spanien, beste Stadt, ne, auf jeden Fall. Naja, aber was interessiert es denn, ob ich hier in Hildburghausen während des Go-Fests meine Geschenke verschicke oder nicht, wenn Hildburghausen sowieso nicht auf der Liste von der Jentik steht. Oder zählt nun doch alles. Sonst war es weltweit, alles hat gezählt und jetzt haben sie doch ausgewählte Städte tragen dazu bei. Das verwirrt mich noch ein bisschen. So. Da steht natürlich jetzt nichts von den 200. Fünftens, Raid-Condor und Rocket-Condor. Raids und Kämpfe gegen Team Go-Rocket sind definitiv Teil des Go-Fests, seid also insbesondere auf die Kämpfe gegen das Team Go-Rocket vorbereitet. Da hat Bubsi jetzt schon Schiss. Die sagt dann immer, das muss ich dann bei ihr machen, sie kann das nicht. Da wir die genauen Teams der Rocket-Bosse während des Events noch nicht kennen, können wir keine detaillierte Empfehlung für das Team aussprechen. Rechnet aber zunächst mit eher starken Gegnern. Lest dazu auch unseren Artikel zu Go-Face, Dada-Mine, Spoiler-Alarm. Ich habe es ja bisher immer so gemacht, ich habe mein eingefleischtes Team, die Leute schwören auf Lucario, ich habe mein eingefleischtes Team mit Redi-Rock, Redi? Mit Regi-Rock, mit Zielschuss und Steinkante, weil Zielschuss lädt einfach übelst schnell die Steinkante auf und mit Steinkante hat er dann meistens die zwei Schilder rausgelockt vom ersten Pokémon und hat meistens sogar noch eine dritte Steinkante durchgebracht, die in den meisten Fällen das erste Pokémon sogar schon besiegt hat. Dann ist mein Regi-Rock irgendwann umgefallen durch das zweite Pokémon vom Gegner oder es hat auf das zweite Pokémon auch noch eine Steinkante gemacht. Dann ist es unterschiedlich, was die anderen haben, aber ich habe dann trotzdem nochmal ein Despot da mit Katapult und Steinkante reingepackt, weil das trotzdem übelst stark ist und gegen vieles effektiv. Und ein Kyogre mit Kaskade und Surfer, denn viele haben dann auch, also Kyogre hält auch einigermaßen was aus, hat auch viel Angriff und viele haben dann auch einfach Boden oder Gesteins-Pokémon als zweites drin, wogegen das Kyogre auch richtig gut ist, schnell seine Attacken macht und dieses Team eben aus Despot da, Kyogre und Regi-Rock habe ich eigentlich gegen so viele Rocket-Bosse genutzt, wo ich kaum was ändern musste. Auch gegen Giovanni habe ich damit so oft Erfolg gehabt, egal ob gegen Lavados oder gegen Zapdos, selbst gegen Arctos, weil er geflogen ist, ging das. Auch dann gegen Entei, ging das, gegen Suikun, ging das alles. Nur bei dem Raiku musste ich was ändern, da habe ich glaube ich eine Pflanze hinten reingenommen oder so, ich weiß es nicht. Passt euch da an, beschäftigt euch noch ein bisschen, die Leute, die die Möglichkeit haben, GoTool sich runterzuladen, die App für Android-Nutzer, da sind auch alle Typ-Effektivitäten nochmal aufgelistet, dass ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr wisst, derjenige hat den und den Typ als Pokémon, dass ihr genau wisst, was ist dagegen effektiv, was müsst ihr nehmen und packt euch da das Richtige ein. Und apropos Einpacken, kommen wir jetzt auch zur Vorbereitung außerhalb des Spiels, nämlich Essen und Trinken. Also diejenigen, die zu Hause spielen, für die ist das vielleicht kein Problem. Da läuft halt der Rauch und der Klicker, nebenbei sitzen sie vorm Ofen und gucken, wie die Pizza schmort. Wenn man unterwegs ist, ja was will man mitnehmen? Es ist Samstag erstmal, da haben genügend Dönerbuden hier auf, wie am Community Day haben sie die meisten dann immer ein Eis geholt oder einen Döner für zwischendurch, aber ihr könnt euch natürlich ein paar Frühstücksbrote schmieren. Das Go-Face dauert je 10 Stunden am Stück, sodass ihr früher oder später während dem Event eine Pause einlegen müsst. Um euch nicht zu überanstrengen, wann oder wie ihr diese Pause gestaltet, bleibt jedem selbst überlassen. Doch mit etwas Vorbereitung könnt ihr zumindest die Pausenzeiten klein halten. Genau, das nur für die Leute, die draußen spielen. Frühstückt ausreichend vor dem Event. Das ist schon mal was, was ich meistens sowieso nicht mache. Wenn ich weiß, es geht um 10 los, da stehe ich wahrscheinlich um 9.30 Uhr auf, gehe aufs Klo, mache die braunen Bonbons und gehe dann raus. Und dann ist man erstmal die halbe Stunde total verschlafen und total fertig. Wo ist da die Zeit zu frühstücken? Als ob ich jetzt um 6 Uhr aufstehe, ein halbes Schwein esse und mich dann wieder hinlege. Aber ist eine gute Sache natürlich. Wenn ihr vorher gegessen habt, habt ihr erstmal Power und haltet durch. Habt ausreichend Getränke dabei, damit der Rucksack schön schwer ist und ihr gleich Muskelkater bekommt. Habt ausreichend Snacks. Schön so Schokoriegel, damit die Zähne ausfallen. Brote. Ihr wisst, Brot ist schädlich, vor allem Weißbrot. Nehmt lieber Eiweißbrot mit oder so. Oder ähnlichen Proviant dabei. Dose Cola, Chips, alles dabei. Wer die Möglichkeit hat, kann sein Proviant im Auto. Euer Auto müsst ihr natürlich auch noch mitnehmen. Eventuell in eine Kühltasche verstauen und die Rute so wählen, dass man immer wieder am Auto vorbeikommt, um Pause zu machen. Aber nicht nur um Pause zu machen, sondern auch um das Auto immer einen Meter vorzufahren, damit der Kreidestrich, den die Kontrolleure schon rangesetzt haben, damit der nicht mehr auf der gleichen Stelle ist und die sehen, ihr habt euer Auto bewegt. Sonst wird das nämlich teuer. Macht euch vorher vertraut, wo öffentliche Toiletten sind. Oder wählt eure Rute so, dass ihr jedes Mal wieder bei euch zu Hause vorbeikommt. Oder wählt eure Rute so, dass ihr an irgendwelchen Hinterhöfen vorbeikommt mit viel Gebüsch, wo euch keiner sieht, wenn ihr kacken seid. Nein, wir haben hier auch eine öffentliche Toilette, aber irgendwie, wenn ich da hingehe, ist sie eh zu. Also, sehr gut gelöst. Wer nicht die Möglichkeit hat, Proviant im Auto oder im Rucksack zu verstauen, dann lieber in einem Restaurant Pause machen möchte, der sollte vorzeitig einen Tisch reservieren lassen. Und eventuell sogar schon ein bestimmtes Essen vorbestellen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Am besten, ich rufe jetzt schon den Dönerladen an. Ey, Amigo, morgen 10 Uhr muss ich los. Mache 14 Uhr Tische und zwei Döner. Und zwei Bier. Für mich. Mein Gast nimmt auch was. Also, ja, das klingt übelst gehetzt. Also, lasst euch da nicht unter Druck setzen, Mann. Dann geht in Ruhe scheißen, Mann. Dann geht in Ruhe aufs Klo. Esst in Ruhe euer Essen. Trinkt in Ruhe. Aber dieses Rumgehetze, das ist sowieso nicht gut. Das ist Stress. Pro Tipp. Sucht für eure Pause einen Platz aus, an dem entweder viele Pokémon sind oder wo ihr Logmodule zünden könnt, um zumindest hier und da noch Pokémon fangen zu können oder das Go Plus arbeiten zu lassen. Das klingt einfach richtig süchtig, oder? Zweitens, Sonnenschutz. Je nachdem, wo ihr euch aufhaltet und wie das Wetter ist, solltet ihr euch ausreichen mit Sonnenschutzeincreme. Egal, wie abgeherdet ihr seid, bei 10 Stunden in der Sonne kann man sich sehr leicht einen Sonnenbrand holen. Woher wissen die denn, dass es da Sonne ist? Vielleicht regnet es ja auch morgen. Desinfektionstücher. Oder macht es wie Stefan Landei und setzt euch einfach so einen Strohhut auf, dann ist alles gut. Dieser Tipp bezieht sich ausnahmsweise nicht auf Corona, sondern einfach auf die Tatsache, dass ein Handy-Display bei 10 Stunden Dauereinsatz in der Sonne recht schnell schmierig wird. Man schwitzt an den Händen und der Schweißfilm auf dem Display wird irgendwann auch stören beim Fangen von Pokémon. Nehmt euch also Reinigungs- und Desinfektionstücher mit, um zwischendurch eure Handys und Hände zu säubern. Die Tücher sind außerdem praktisch, wenn man sich gerade frisch mit Sonnenmilch eingeschmiert hat. Oder wenn auf der öffentlichen Toilette wieder mal kein Klopapier ist. Viertens, passende Kleidung. Ich habe noch nie Desinfektions... das würde ich auch nie kaufen. Also ich bin eher der Typ so mit dem schmierigen Display, der dann jeden Ball daneben wirft. Passende Kleidung. Ein Tipp, der für viele vielleicht offensichtlich erscheinen mag. Doch wer noch nie 10 Stunden lang am Stück Pokémon Go gespielt hat, wird recht schnell merken, dass die falschen Schuhe hier das Event stark negativ beeinflussen können. Also immer so Gummischuhe, so Crocs anziehen. Achtet darauf, bequeme Schuhe zu tragen. Crocs? Die euch entsprechenden Halt bieten und in denen ihr durchaus 10 Stunden laufen könnt. Die Wahl der Oberbekleidung. Solltet ihr am Wetter vor Ort und an eurer Temperaturfühligkeit festmachen. Eine allgemeine Aussage ist hier nicht möglich. Ja, kurze Hose am Start, wie immer. Auch im Winter. Powerbanks, Batterien, Kabel. Denkt daran, eure Powerbank aufzuladen. Da habe ich schon ein Problem. Denn wenn ich die schwarze Powerbank, wenn die mal leer ist und ich will die laden, die lebt bestimmt 2 Tage lang, bis die voll ist. Dafür hältst du dann auch immer 10 Jahre, aber eventuell sogar eine zweite Powerbank parat zu haben, habe ich. Die Weise, wo der eine Anschluss kaputt ist. Insbesondere, da ihr 2 Tage lang am Go-Fast teilnehmen könnt, solltet ihr lieber einmal zu viel die Powerbank laden, als einmal zu wenig. Und ich kann jetzt schon sehen, dass Pupsi kommt und sagt, Bubi, kannst du mir mal deine Powerbank geben? Was sind denn deine schon wieder? Ah, die habe ich zu Hause vergessen. Das ist irgendwie bei jedem C-Day so. Wieso soll es jetzt bei dem Go-Fast anders sein? Pupsi, wenn du das siehst, denk an deine Powerbank. Wer ein Go-Plus besitzt, sollte entsprechend Batterien für das Gerät dabei haben und auch einen passenden Schraubenzieher. Habe ich immer dabei, gerade wenn ich ins Gericht muss und es piept, sage ich immer, der Schraubenzieher ist für mein Go-Plus. Ich habe nichts damit vor. Und Batterien? Ja, bei meiner Erfahrung hält so eine Batterie eine halbe Stunde, also muss ich gleich ein ganzes Sixpack mitnehmen. Wer ein Gotcha oder den Pokéball Plus benutzt, sollte dies ebenfalls vor dem Event aufladen. Ach nee. Ja. Habt außerdem ein Ersatz-Ladekabel für euer Handy dabei, falls euer einziges Ladekabel während dem Event den Geist aufgibt. Digga, daran habe ich noch nie gedacht. Ist das Event an dieser Stelle gelaufen, wenn ihr keinen Ersatz habt? Einfach das vom Nachbarn grabben. Hey, gib mir dein Kabel. Nein, zu spät, ich spiele Pokémon. Ja, ich sehe schon, die Leute rasten aus. Sechstens, Absprache mit anderen Spielern. Warum? Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst hier. Im Idealfall solltet ihr bereits mit anderen Spielern in eurem Ort abklären, wo diese spielen. Haben wir versucht? Wir haben schon 20 Mal gefragt in der Gruppe, wer überhaupt ein Ticket hat, wer wo ist und bla. Pure Ignoranz. Welchen Weg sie laufen und in welcher Geschwindigkeit sie laufen möchten. Ja, wenn, dann trotteln eh alle zusammen rum, aber so wie es aussieht, bin ich eh mit Pupsi alleine. Und, wo lauft denn ihr lang? Gut, dann laufen wir woanders lang. Sucht euch im Idealfall kleine Gruppen, auch im Hinblick auf die geltenden Abstandsregelungen und gruppiert euch entsprechend eurer Laufgeschwindigkeit, die für euch angenehm ist. Und jeder meckert, oh Ramses, kannst du nicht ein bisschen gemütlicher laufen? Der rollt immer durch die Gegend und ist so schnell. Externe Quellen. Was? Stehe ich nicht. Noch wissen wir nicht genau, welche Pokémon genau beim Go-Face erscheinen werden. Welches Pokémon das neue Shiny ist. Relaxo! Oder Kinoso. Oder welche Aufgaben uns in der Spezialforschung erwarten. Da Australien und Neuseeland wieder einige Stunden vor uns das Event beginnen werden, wir für euch die wenig wichtigsten Eckpunkte zusammenfassen und euch kurz vor dem Event starten nochmals alle Details mitteilen. Folgt uns daher für kurzfristige Informationen auch auf Telegram. Huiiii! Ziele! Macht euch im Vorfeld eure Ziele des Events klar und überlegt, mit welcher unserer Tipps ihr eure Ziele besser erreichen könnt. Unsere Shinies sammeln. Welche Pokémon man links liegen lässt. Es bringt nichts, Marmolida zu fangen. Davon ausgehen, dass Momilie dann nicht shiny sein wird. Wenn daneben ein Kaumalat steht. Setzt Prioritäten. Plan das Spiel. Egal wie viel ihr spielt, welche Ziele ihr euch setzt. Wir wünschen euch allen viel Spaß. So. Das ist natürlich... Was habt ihr für Ziele beim Go-Fest? Was habt ihr vor? Seltene Pokémon fangen? Ja! Shinies fangen? Ja! Viel Sternenstaub machen? Ja! Bonbons farmen für eure Entwicklungen? Ja! Ja, aber... Was wollt ihr dann? Also, was wollt ihr nicht? Keine Ahnung. Es wird sicherlich die geben, die durchlaufen, alles antippen und direkt fliehen, weil sie nur Shinies suchen. Und vor allem, wenn ein neues Shiny reinkommt, gezielt dieses Shiny. Und alles andere ist egal. Die lassen das 100er Kaumalat sitzen, weil sie das Shiny Relaxo wollen. Beispiel. Ne? Also, hier hat ja gar keiner mit irgendwas reagiert, oder was? Gefällt mir? Nice. Interessant. Naja. Oha. Oha. Mach ich mal. Achso. Jetzt sieht man das erst. Wer? 11% Fuck. 4% Oha. 4% Nice. 7% Interessant. 7% Naja. Gut. Nehmen wir das mal mit rein. Das ist also die Vorbereitung. Ich hoffe, ihr habt irgendein paar nützliche Tipps von Go Games jetzt übertragen können auf eure Spielweise. Seid ein bisschen gefasst. Ich muss meinen Bällevorrat auch noch ausmisten. Alles einfach weghauen. Ich werde nicht mit Go Plus spielen. Nicht mit Gottscha. Wenn, dann würde ich per Hand da rumfummeln. und gucken, was da kommt. Ansonsten sind wir gespannt, was das GoFest nun im Endeffekt wirklich zu bieten hat. Das war die Vorbereitung für das GoFest. Und nachher gibt es noch das Recap zum GoFest 2019 und zur Safari in Dortmund 2018. Seid also gespannt. Heute die volle Portion Ramses. Für die, die mich nicht mögen, die werden heute richtig gestraft. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Schreibt eure Ziele mal drunter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.